Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mach-Neu-Podcasts, dem Ort, an dem wir inspirierende Persönlichkeiten treffen, die den Weg für Innovation und Veränderungen ebnen. Heute haben wir das Vergnügen, einen Visionär und multitalentierten Gast zu begrüßen, Chris Veith. Mit einem Bachelor of Arts in Media, Communication and Education von der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und einem Master of Arts in Corporate Communication Management von der Hochschule der Medien in Stuttgart, hat er eine solide Grundlage in den Bereichen, die die heutige Welt antreiben. Als Mitbegründer der Hempeny GmbH im Jahr 2018 war Chris verantwortlich für den Vertrieb und die Investor Relations, wobei er seine Leidenschaft für Innovation und Nachhaltigkeit in die Tat umsetzte. Darüber hinaus ist er Mitbegründer und Moderator des Spätzle Valley Startup Podcasts, der für seine Exzellenz und Einzigartigkeit mit dem Hashtag Ideenstarke Award des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Seine Expertise und sein Engagement zeigen sich auch in seiner Rolle als Mitglied des Board of Advisors bei Artenglück sowie als Startup-Mentor bei Groundbreakers. Chris ist ebenfalls als Co-CEO-Interim tätig und fungiert als Mentor bei Hearts & Ventures, wo er mit sieben aufstrebenden Startup-Teams zusammenarbeitet, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Chris Veith ist ein leidenschaftlicher Verfechter von Ideen, die die Welt verändern können. Seine Beteiligung an der Startup-Szene, seine Führungsrolle und sein Engagement für Innovation und nachhaltiges Unternehmertum machen ihn zu einem Enabler für positive Veränderungen. Heute werden wir die Gelegenheit haben, von seinem Wissen, seinen Erfahrungen und seinen Einblüten zu profitieren. Und damit, ohne weitere Umschweife, herzlich willkommen, Chris Veith. Andreas, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist und ich würde gerne von dir wissen, weil du hast ja jetzt mit einigen auch Firmengründungen schon und auch immer mit diesem Verbesserungspotenzial, das du abrufst durch deine Tätigkeiten, wie ich finde. Interessiert mich die Frage, welche persönlichen Erfahrungen oder Momente oder vielleicht auch Schlüsselmomente deines Lebens sich dazu geleitet haben, jetzt nicht, sage ich mal, Sachbearbeiter in einer Behörde zu werden, sondern Gründer, Motivator, Podcaster, Innovator. Spannende Frage. Also erstmal danke, dass du das so siehst. Ich glaube, wir sitzen ja hier in Freiburg bei euch und gar nicht weit weg habe ich meine Ausbildung gemacht bei der Badischen Zeitung nämlich und habe nach der Realschule super viele Bewerbungen geschickt. Und das war wirklich so ein Schlüsselmoment, weil mein Realschulzeugnis gar nicht so gut war und ich super viele Absagen bekommen habe und dann auch in die Assessment Center eingeladen wurde und auch immer durchgefallen bin. Und bei der Badischen Zeitung war es echt so, dass die Ines Bertelsmann, meine damalige Ausbilderin, dann irgendwie so viel Potenzial gesehen hat, abseits der ganzen Noten und Assessment Center, dass sie gesagt hat, hey, irgendwas schlummert in jedem drin und ich versuche das rauszukitzeln. Und das hat mir irgendwie nochmal die Augen geöffnet, dass ich gesagt habe, es gibt so viel Cooles, was man machen kann, wenn man so privilegiert ist wie wir und so eine gute Ausbildung genießen durfte, dann auch mit Studium später, dass ich mich als Person, das ist ja auch ganz individuell, nicht darauf ausruhen wollte, jetzt in der Behörde zu arbeiten. Es gibt ja auch Leute, für die es passt, aber das war wirklich so augenöffnend, vielleicht für jeden, auch nicht für alle so genau nachvollziehbar, warum es der Moment war, aber wo ich dachte, hey, man kann irgendwie so viel schaffen, hier mit dem Privileg, was wir haben, dass ich irgendwie immer so den Antrieb hatte, jetzt hoffentlich was Gutes auch mit aufbauen zu können. Weil es hat ja auch immer, also man kann sich ja für eine sichere Variante entscheiden, oder? Man kann aber auch sagen, okay, ich gehe das Risiko. Also ich wage, aber dann gewinne ich ja, also wer wagt, gewinnt, sagt man ja auch. Kannst du das so sagen? Es ist für dich eine schwierige Frage, weil gerade bei, wir haben vor sechs Jahren ungefähr im Studium, im Masterstudium, The Hempiny gegründet, unser erstes Unternehmen, Lena, Laura, Dave und ich. Und das war schon echt eine wilde Zeit. Also wir haben da Lebensmittel mit Hanf hergestellt, unter anderem auf einen Hanftrink. Hanf will ich dafür ja nicht sagen. Was ja damals in Deutschland oder im Dachraum irgendwie neu war. und da wirklich von Gründung, Unsicherheit, Risiko, kaum Geld verdient am Anfang, dann schafft das Produkt am Markt oder nicht. Das waren schon auch Zeiten, die nicht so einfach waren. Und man sagt ja so einfach immer im Nachhinein, alles, was einen nicht umgebracht hat, macht einen stärker. Das würde ich nicht unterschreiben tatsächlich, weil es auch echt viele Zeiten gab, glaube ich, die uns bis heute auch nicht so gut getan haben. Da war vieles gut. Wir haben super viel gelernt. Aber ich glaube, auf ein paar Erfahrungen, die bereue ich nicht, aber auf die, glaube ich, kann man teilweise auch verzichten, weil sie einem persönlich einfach dann auch nicht gut tun und viel Stress verursachen. Aber du hast trotzdem was daraus gelernt, oder? Das ist absolut. Also ich bin super froh, den Schritt, also den Schritt in die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum gemacht zu haben, weil es ja so viele Sachen auch angestoßen hat. Und ich glaube, es liegt ja auch immer an einem selber, was man daraus macht. Man kann natürlich dann den Kopf in den Sand stecken und denken, oh je, jetzt geht gar nichts mehr. Oder man kann sagen, hey cool, ich habe da jetzt irgendwie versucht, ein Netzwerk aufzubauen oder habe ein Netzwerk aufgebaut, habe ganz viele Kontakte wie wir uns ja auch kennengelernt, haben wir auch über der Hempini kennengelernt. Und ich glaube, da hat man, wenn man es klar einen Ticken mehr halb voll sieht, dann kann man da, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man tolle Leute an der Seite hat, die einen dann auch unterstützen in schweren Zeiten. Ja, du hast ja eben, du hast ja auch schon angedeutet, du hast ja wahnsinnig viel dann im Anschluss auch ins Leben gerufen, deinen Podcast. Du bist bei Artenglück dabei, du bist bei Groundbreakers, bei Hearts and Ventures, wo ihr Startups ja auch coacht. Kannst du da ein Beispiel für ein Projekt nennen, wo du jetzt gerade auch direkt involviert bist, wo du sagst, das macht die Welt doch ein Stück besser? Also ich hoffe, vor allem, wir haben ja unseren eigenen Podcast, aber auch unsere kleine Medienproduktionsfirma, wo wir Audioformate für die internen und externen Unternehmenskommunikation entwickeln. Und da versuchen wir schon wirklich Unternehmen in der Kommunikation, im Change zu begleiten. Also zum Beispiel machen wir gerade für Trio, das ist ein Unternehmen, ein CO2-Podcast. Trio. Trio. Ja, I-O. C-A-E-O, genau. Trio. Trio, genau. Und da ist schon so, dass das Narrativ ja immer war zum Beispiel bisher, es geht um CO2-Vermeidung und CO2-Reduktion, was sehr wichtig ist. Aber so die CO2-Bindung, also die Removals, die wurden eigentlich gar nicht besprochen, weil aber wenn man keinen CO2 aus der Erde entfernt, aus der Atmosphäre, dann wird es halt schwer, auch den Klimawandel hinzukriegen. Und das sind solche Sachen, wo wir Unternehmen einfach auch super gern begleiten, wo ich schon finde, dass wir einen Kanal oder eine Stimme auch geben können, damit es breiter in die Welt getragen wird. Ja, aktueller denn je. Die machen das vermutlich mit Bäumen? Genau, die machen es mit Aufforstung, Regenwaldaufforstung in Borneo und Uganda vor allem. Okay. Und welche Botschaft möchtest du denn dann deine Zuhörer weitergeben, um sie zu ermutigen, sich ebenfalls für positive Entwicklungen zu engagieren? Boah, ich glaube, also ich verbinde eigentlich Entwicklung immer generell positiv. Und ich glaube, Stillstand, gerade in der heutigen Zeit, ist super schwer. Aber ich glaube, man muss da einfach aufpassen, dass man sich nicht zu arg treiben lässt, sondern irgendwie auch immer mal wieder an sich hört. Und ich finde, es geht am besten mit anderen Leuten, weil allein ist dann oft schwer. Also sich Verbündete suchen. Vielleicht auch Leute suchen, die schon einen Tick weiter sind oder die auch gar nicht mit dem Thema so stark zu tun haben, indem man sich gerade bewegt. Wo wir einfach nochmal extern auch ein bisschen Reflexionsvermögen mit reingeben können und einen anstupsen können, um zu schauen, hey, bin ich da auf dem richtigen Weg? Aber ich glaube, insgesamt, und ich denke, das kannst du auch unterschreiben, lohnt es sich immer, sich für positive Veränderungen einzusetzen. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles schneller, höher, weiter geht, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da auch wieder ein bisschen mehr Ruhe zumindest für sich reinbringt, weil für die Welt wird es schwierig. Aber ich glaube, wenn man bei sich anfängt und es wieder auf andere auch motivieren kann, dann kann man vielleicht so ein kleines Kartenhäusle anstoßen. Und wie, also, weil mir geht es auch so, man geht ja so teilweise ins Blaue rein mit irgendwas Neuem und hat dann auch gar nicht die Sicherheit, ob es dann wirklich funktioniert. Wie gehst du damit um, dass du nicht weißt, was der Outcome sein wird, also quasi Schritt für Schritt nach vorne tasten oder Zutrauen wird schon werden? Oder was ist da für dich so der Wix? Auch eine gute Frage. Mir ist zum Beispiel super wichtig, dass der Inhalt stimmt. Also es ist mit einigen Leuten, mit denen ich spreche, die sagen, hey, ob ich jetzt im Luxusuhrensegment oder in der Automobilindustrie als Innovationsmanager zum Beispiel arbeite, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Und das kann ich für mich nicht sagen, sondern für mich spielt das Produkt oder die Dienstleistung eine ganz große Rolle. Also ich muss mich damit identifizieren können, aber wenn das gegeben ist, wie zum Beispiel bei der Hempany, wo es gestartet hat, dann einfach machen. Also dann habe ich ein gutes Gefühl und denke mir, okay, Lebensmittel zum Beispiel, das macht mir Spaß, da beschäftige ich mich eh mit. Und wenn dann noch tolle Leute drum sind, dann würde ich sagen, einfach ausprobieren, ganz lean, also ganz, ganz einfach, ganz schnell raus, Feedback einholen und dann sieht man ja auch relativ schnell, ob es da auch auf Anklang stößt oder nicht oder kriegt auch Feedback, hey, so wäre es besser, so wäre es besser, dann kann man ja auch wieder gucken, passt es zu dem, was ich eigentlich machen will und dann die Ausrichtung neu justieren. Ja, also schon quasi, es muss schon einen Purpose haben und es muss von der Sache her schon mal grundsolide sein. Ja, die Sache finde ich für mich persönlich, jetzt kann ich nur für mich sprechen, aber ganz, ganz wichtig, weil ich könnte jetzt, gut, im Waffensegment könnte wahrscheinlich viele nicht arbeiten wollen, aber das wäre, da stimmt es einfach nicht. Und auch mit Themen, die mich jetzt selber nicht so interessieren, auch wenn es da um Innovation oder Kommunikation oder sowas ginge, was mir eigentlich Spaß macht, würde ich mir, glaube ich, schwer tun. Ja, mir geht es ähnlich, also jetzt gerade vor allem jetzt mit der, was die Molkerei betrifft und dann die Tochter dessen zu sein, auch für meine eigene Herkunft auf dem Bauernhof und so, also eingemietet aufgewachsen, meine Eltern waren jetzt keine Landwirte, aber da diesen, den Aspekt halt zu sehen, dass man doch ja auch was in der Gegend weiterentwickeln kann und in der Gegend ja auch was gibt, weil wenn man es nicht macht, dann passiert es nicht, ja? Super, und ich finde auch Regionalität, was du gerade angesprochen hast, finde ich für mich zum Beispiel auch sehr wichtig. Also fände es sich wahrscheinlich auch schwer, hier zu starten mit was und dann in den USA dafür zu sorgen, dass was passiert oder so, sondern ich finde es auch, gerade mit der Medienproduktion machen wir halt viel in Baden-Württemberg, weil wir in Stuttgart sitzen. Und das, finde ich, macht dann auch Spaß, wenn man halt wirklich dem näheren Umfeld irgendwie tolle Partnerschaften aufbauen kann. Klar. Da ist natürlich Stuttgart schon auch ein Powerhouse, ne? Kann man schon sagen. Schon viele Hitten Champions, wobei es die ja hier in der Ortenau und Co. auch gibt, aber klar, als Landeshauptstadt hat man da, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle, auch mit den Stuttgarter als Medienstadt, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja auch ein paar Verlage, die früher da ganz groß waren, wie die Motorpresse oder Stuttgarter Zeitung und Co. da ist, finde ich, bisher schon ein ganz gutes Plaster. Ja, ich habe ja auch noch Familie in Stuttgart und jedes Mal, wenn man da ist, die Straßen werden breiter. Stimmt. Eine Spur mehr auf der Autobahn. Die laufen Autos aufgerichtet. Da sitzen ja auch ein paar Automobilhersteller. Ja, die müssen sich jetzt ja auch weiterentwickeln, natürlich. Ja, spannend. Und wenn du mir sagen würdest, was dich auch inspiriert so in deiner sozusagen spirituellen oder einfach intellektuellen Reise, welche Bücher hast du denn gelesen oder Filme, Serien gesehen oder auch Musik, die du gehört hast, die dich inspirieren? Also ich finde, Klassiker, der kleine Prinz. Oh ja. Das lese ich wirklich, glaube ich, einmal im Jahr. Ich finde es echt, vor allem finde ich beim kleinen Prinz schön, wo man, je nachdem, wo man gerade im Leben steht oder was für Themen man hat, dass man das Buch irgendwie immer noch mal mit anderen Botschaften liest, mit anderen Botschaften rausnehmen kann. Das finde ich echt schön. Ja. Gibt es auch bei Spotify, ohne jetzt oder bei Apple Podcasts, bestimmt auch bei allen anderen als tolles Hörbuch. Sehr gut gesprochen, finde ich. Okay. Ja, macht echt Spaß zum Anhören. Ja, dann, ich finde auch tatsächlich, wenn es ein bisschen vielleicht abgelutscht ist, die John Strzelecki Bücher, also so das Café am Rande der Welt. Ich finde die schon, viele sagen ja, 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 gut, da gibt es keine Handlungsempfehlungen, aber ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt geben kann als Externer, sondern ich finde, ich fand die Bücher halt schön, gerade den zweiten Teil vom Café am Rande der Welt. Irgendwie nochmal einfach schöne Dialoge, wo man für sich einfach nochmal gucken kann, hey, was ist mir wichtig im Leben, gerade auch nochmal, was motiviert mich, um dann auch was machen zu können und so vielleicht auch nochmal ein bisschen in die Wertearbeit zu gehen, weil ich finde, wenn man für sich starke Werte definiert hat, dann fällt es einem auch einfacher, ja oder nein zu sagen und in die Rechte links oder rechts abzubringen oder gerade auszufahren und das hat mir, ich schaffe es auch nicht immer, aber schon auch teilweise geholfen. Deswegen, das Buch fand ich ja auch ganz gut und ja, sonst finde ich eigentlich das Schönste immer Gespräche mit Menschen, also ich lese zwar auch sehr gern, aber wenn Menschen was erlebt haben und Menschen coole Geschichten zu erzählen haben, ich finde, das fesselt mich dann immer und es macht mir echt Spaß, dann mit denen auch in Dialog zu gehen. Also so wie, auch wir hatten auch schon viele tolle Gespräche, fand ich, macht mir auch und nehme ich auch immer echt viel mit. Ja, du bist auch ein sehr offener, menschenbezogener Mensch, so finde ich ja. Danke. Ich glaube, dir erzählen die Leute auch gerne was. Ich hoffe, wenn wir die Podcasts machen, dass wir da auch ein bisschen was rauslassen. Ja genau, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, genau. Stimmt. Wahrscheinlich auch nicht für, wahrscheinlich auch nicht aus Zufall. Ja, vielleicht. Ja cool. Und wer sind denn so frühe Mentoren deiner Karriere? Also ich habe es am Anfang ja gesagt, die Ines Bertelsmann. Ich glaube, das war irre, da war ich 16, 17, als ich bei der Badischen Zeitung angefangen habe und wirklich super schüchtern auch war zum Beispiel. Und die mich dann auch mit Flyern, hat gesagt, geht's auf die, auf die Kajo und Flyer und Co. Und ich habe dann echt wahrscheinlich Hose gemacht, Herz geschlagen, bis zum geht nicht mehr. Ja. Aber die hat einfach gefördert und gefordert hat. Das war echt irre, was ich in der Zeit gelernt habe, in den jungen Jahren. Ja, und dann waren es echt auch Leute im Studium, der Ruben Willian zum Beispiel, da war ich, Hiwi, also Werkstudent im Bereich Coaching und Beratung an der Uni Tübingen, die einen halt irgendwie schon so ein Stück weit ins kalte Wasser geschmissen haben, aber nie, ohne daneben zu stehen. Vielleicht passt das Bild am besten, weil manche schmeißen einen rein oder schwimmen jetzt, sondern immer irgendwie mit einem Rettungsring nebenbei gelaufen sind, dass man wusste, hey, egal was jetzt passiert, da ist schon jemand da. Ja. Und da gab es irgendwie immer wieder Leute, aber ich glaube auch da, wenn man proaktiv unterwegs ist und auch einfach mal Leute fragt, klar gibt es manche, die sagen nein, aber viele sind auch bereit, einfach mal in Austausch zu gehen und wenn dann die Verbindung stimmt, dann sind echt auch viele bereit, finde ich, was zu geben, ohne was zu nehmen, erst mal. Und das fand ich echt beeindruckend und schön und das versuchen wir jetzt zum Beispiel auch mit Harzen Ventures, wo du ja glücklicherweise auch mit als Mentor bist, wo wir Startups fördern im LOHAS und Biodiversitätsbereich, dass wir da auch ein Stück weit wieder zurückgeben können und ich meine, das kennen die auch und es macht uns auch super viel Spaß, da einfach Startups zu fördern, weil wir waren selber mit Hemp in die 1 und haben gemerkt, wie wichtig ist es einfach für Mentoren und Förderer zu haben und deswegen glaube ich, wenn man da ein bisschen mehr oder selbstloser auch versucht zu handeln, ich glaube, dann kommt es trotzdem auch wieder zurück zu einem. Mhm. Wie war denn da so der Schritt für dich vom, also das ist ja auch so ein Entwicklungsprozess oder du bist erst mal Gründer bei der Hempini, ihr gebt Vollgas, ihr gebt alles und dann plötzlich wirst du gefragt, willst du nicht auch Mentor sein für andere Startups? Wie war das so? Ja, völlig irre. Also ich habe auch mit meiner Mitgründerin, mit der Lena, die du auch kennst, ganz viel gesprochen und da fragt man sich am Anfang schon, was soll mir den Leuten jetzt erzählen? Und wenn man dann aber, oder was heißt, wenn man dann mal sich darauf einlässt und je nachdem, wo das Startup gerade in der früheren Phase steht, merkt man dann doch, gerade wenn wir zum Beispiel Vertriebs- oder Investorenbereich oder auch im Lebensmittelbereich, die fünf, sechs Jahre, die wir jetzt an Erfahrung haben durften, dann merkt man schon, dass das was ist und ich glaube, dann merkt man es zum ersten Mal, weil oft denkt man es, was können wir eigentlich? Weil wir haben ja irgendwie da das einfach rumgewurschtet, und dann war es schon auch so ein bisschen Aha-Moment für uns, wo wir gesagt haben, okay, irgendwie haben wir schon uns Sachen beigebracht oder gelernt, auch mit anderen, durch andere, was wir, was anderen jetzt auch helfen kann. Aber natürlich ganz, ganz komisch irgendwie, selber Startup noch vor kurzem und dann in die andere Rolle reinzukommen. Also es war wirklich so knallhart, so Learning by Doing, oder? Du hast ja schon auch aus dem Studium Sachen mitgenommen, aber es war halt vieles einfach Trial and Error. Ich würde sagen 99%. 99%. Ja, weil der Lebensmittelbereich hat mich persönlich halt immer interessiert, aber jetzt wenn man gerade in den Vertrieb geht und wie man an die Supermärkte rangeht, was das bedeutet mit Zertifizierungen, Bio-Zertifizierung, wie läuft sowas ab, wie beliefere ich Supermärkte? Weil ich dachte früher immer, okay, da fährt ein LKW hin in ein Lager und dann haben das alles Supermärkte, so ist es ja nicht. Es gibt ja ganz viele verschiedene Wege und die Prozesse erstmal zu verstehen, dann auch mitzuerleben und dann wird man sich wünschen, okay, wenn ich das jetzt mal gemacht habe, dann ein neues Produkt zu launchen, dann wird man schon mal viel mehr und deswegen war halt wirklich super viel ausprobieren, wenn es geklappt hat, irgendwie weitermachen und wenn es nicht geklappt hat, überlegen, ist der richtige Weg oder kann ich es nochmal justieren, wie gesagt, aber ja, ich würde echt sagen, also 95% bis 99% würde ich beim ersten Startup schon sagen, was bei uns, oder bei mir zumindest so. Ja. Und das kannst du jetzt weitergeben, das heißt also, wie geht es dann Startups die jetzt gerade in der welchen Phase auch immer sind, können sich dann an Hardsch & Ventures wenden und bewerben oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also wir haben jetzt, wir sind gefördert vom BMWK, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, aktuell, und suchen auch immer Partner, also haben jetzt VivaCon, Aqua, Lutheranwälte und Co. auch als Partner und wir haben uns spezialisiert auf den LOHAS, also Lifestyle of Health and Sustainability und Biodiversität. Das ist so der Fokus, wenn man da in der Seed oder Pre-Seed, bis Seed-Phase, oder Frühphasiger, für die erste Testkunden schon hat, am besten ist und sagt, hey, ich brauche irgendwie Investorennetzwerk, Vertriebsunterstützung oder einfach auch nochmal die Persönlichkeit zu challengen, Teamstruktur, dann kann man sich bei Harz & Ventures einfach eine E-Mail schreiben. Sind jetzt auch gerade nochmal dran, nach dem Badge jetzt das Programm ein bisschen umzugestalten, aber da kann man auch auf LinkedIn oder auf der Homepage harz-and-ventures.de gerne mal vorbeischauen. Ja, cool, klar. Und dann quasi sich an dich wenden oder an... Genau, also das stehen die an mich gern, auch über LinkedIn oder direkt per Message schreiben, sondern stehen auch die Verantwortlichen zu den jeweiligen Projekten auf der Homepage. Schön, vielen Dank. Dann sind wir durch mit den Fragen. Das ist super. Danke dir, ja. Und dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin. Auch so, vielen Dank. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Kontaktiert mich gerne auf LinkedIn oder unter andreas.helm at black-forest-nature.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Mach Neu Podcast. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017